So, ho, äh, mal Terraria vergrößern, so, hier bin ich wieder mit Terraria, und, so, aber, ja, noch viel Müll drin, weiß gar nicht mehr, was ist jetzt nochmal, T, Spun.ist gesetzt, Spun.ist gesetzt, dann geh ich wieder in meine Mine, sag ich jetzt mal, so, fresh. Ah ja, ah ja, nein, okay, ja, ich hab schon ewig nicht mehr aufgenommen, deswegen weiß ich nicht mehr, genau, what's me to, was ich im Hintergrund mach, ne, was ist, was ist, was ist, ja, genau das wollte ich sagen, ne, was ich zuletzt gemacht hab, fujo, ne, stimme jetzt noch anders an, Ah man, ich vermisse, vermisse, den Doppelsprung, was fände ich hier, Blowstick, Unclone Stift, Explosion, Wortlau, oh schade, nix, wie gut ist, Ich muss sagen, äh, die Truhe nehme ich mit, ich brauche ne Truhe. Das hab ich in Skype angeschrieben, aber ich hab jetzt nur noch ein Bildschirm, im Moment, deswegen, sorry, sehen kann ich jetzt auch nichts, man, so, jetzt mal ja, Wiki, noch mal schauen. Ah, ach ja, nix, komm, lass mich, spattl dich weg, Digga, yeah. Äh, 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 ganz kurz, ich brauche, äh, lustig, wenn man kommt, dann kann ich hier unten aus, ich sehe, äh, ich hoffe, nein, okay, ich brauche, Ein kleiner Trick zum Atmen, das ist dann ein kleines, ein Vorsprung machen. Ich denke, ob ich jetzt mein Eisen abhäuse. Ja, die Luft reicht noch dafür. Ich kann nicht sehr lange im Torhüster bleiben, sondern das werde ich nur mit dem machen, weil wenn man meine Luft, meine Atemanzeige, Brief heißt übrigens Atmen, Luft, ne Luft heißt es nicht, eher heißt Luft, zu Atmen heißt es. Und wenn die leer ist, dann verliere ich kontinuierlich Leben. Rüehr. Ich muss mal kurz nach ruhig kommen. Das Darkseidesteam läuft im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, welches ist gerade. Gerade so. Okay. Und da durch. Komm. Ich hab's weg. Nein, ah fuck. Fuck. Komm. Uff. Ja. Da ging mein Leben runter. Ah fuck. Ich hab's atmen. Ach, 2D. Ah gut, ich hab noch... Nein. Ach fuck. Ich hab fünf Leben. Super. So, hier steh' ich gerade unter'm Wasser und kein Tisch entverschlagen. Ach. Wie viele Life Potions hab' ich denn? Ach, keine. Ich glaub, ich hab was. Ich hab sowieso ein Mushroom oder hier irgendwas gegessen. Nein. Ach, das hat nix von fern. Kampf. Scheiß. Ah. Ah, das wollte ich nicht. Wollte irgendetwas, um das wegzuhauen. Äh, erst mal oben lang. Komm ich da? Nein, komm ich nicht. Brauch ich... Ne, Woodwall fäng ich mich hier nicht weiter. Ja. Nein, das ist hohr. Mann, Mann. Ich vermiss mein zweites Bildschirm. Ach. So. Für... Verhandeln. Ach. Ich seh' jetzt schon absolut inklere Rüste. Ja. Ich hab hier... ...krasse Rüste. Äh, da brauch ich... ...züge. Spring dran. Ah, die Kiste geil. Ah, der Speer. Cool. So. Mann, die Kiste nehm ich natürlich auch mit. Ich zeig' euch gleich, wie der Speer funktioniert. Wobei ich den auch schon auf dem anderen hab. Das ist so ne Waffe, mit der ich in jede Richtung kämpfen kann. So, uh, jede Richtung, jede Richtung, jede Richtung, jede Richtung. Äh. Ja, okay. Jede Richtung nutze ich gleich mal aus. Wenn du ein Schwert würd ich da ja nie drankommen. Und mit dem... ...kann ich den von hier aus... ...abstechen. Okay, sehr schön. Oh, Gott. Yeah. Gold ist cool. Äh. Nach Gold muss ich dann entweder... ...um an bessere Materialien zu kommen, muss ich den Boss killen. Oder... ...un Meteorit muss landen. Sonst findet man die Dinger, die man von den Bossen... ...oder die von Meteorit kriegt, nur sehr vereinzelt. ...und das ist schon so ein bisschen selb. Unser Meteorit-Oar und Daemonite-Oar. Weiß gar nicht, was besser ist. Ich weiß es gar nicht. Und dann das Letzte, was es gibt. Das Hellstow. Hellstow. Hell yeah. Ja. Hey. Hell to the... Nein, okay. Okay, das ist besser. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich muss gleich nochmal die Assassin's Creed... Nicht die Assassin's Creed. Die... ...Xbox... ...äh, den Treiber für den Crapper installieren. Und der... ...debüt-Dingens. Ob ich mein Assassin's Creed aufnehmen kann. Aber erst mal... ...muss ich weg. Nichts denn danach. Ach, schön für Eis. Das braucht man eben. Dat braucht man eben. Nach... ...Kupferzellenspiel kann ich eigentlich schon... ...weiß nicht, wenn ich meine komplette Kupfer ausdrehen. Das ist halt so Kupfer auf. Okay, irgendwie das Wasser rauslassen. Voll arg. Also so... ...zwei Jahre... ...zwei Meter tief. Okay, weiß mich nicht. Der Block muss weg. Der Block muss weg. Block muss weg. Okay, ich würde auch gerne da durch. Ah. Nein, ich ertrinke. Boah. Puh. Gerade muss so. Okay, hier ist ein bisschen Wasser. Was fällt hier durch? Okay. Ist da auch nichts. Guck. Nein, ist da auch nichts. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie ich da rüberkomme. Am besten so. Ah, hier ist nochmal Eisen. Ironer. Oder was ist das hier noch? Ist noch Platz? Ja, also Platz. Äh, wie komme ich jetzt da hoch? Ja, ich kann natürlich auch mal die normale Terraria Musik im Hintergrund laufen lassen. Okay, ich kann das noch nicht. Komm ich da hoch? Ja. Wow. Kann ich diesen kleinen Nachpack? Da geh ich nicht. Kiste jetzt nix, das heisst ich lass es. Meine Lebenswichtigen mittlerweile. Komm, den einnehme ich mit. Hier, das kann man auch mal mitnehmen, noch brauch ich sie. Oder später hab ich genug davon. Im anderen Haus hab ich mir extra eine Kiste angelegt, nur für einen Kupfer. Ich hab zu viel davon. Oh, da unten geht die Party ab. Ich geh noch mal nach oben und nehm das Kupfer mit, damit ich mir jetzt dann richtig ausrüsten. Bauen kann. Oh, ich darf das Wasser abkommen lassen. Mach ich auch gleich so runter. Hier ist nix. Dann wird auch nicht nach weiter. So, das geht so aus. Bis. Krant. Krant. Weil ich könnte das auch mal so machen. Ok, da oben rauch ich. Ne, nicht da. Ach, nein. Ach, die sind alle zu hoch. Ich muss da hin. Immer noch. Komm, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss da hin. Oh, Topaz. Oder wie das heißt. Ehhhhh 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 Leg damit Leg damit Oh man Widerfixer leads Gey So Aber es bringt Hat keine Copyright Probleme Ist gut Weil im letzten Video war Dingens wegen Wurre Boys Chutes Die haben zwar nichts gemacht Aber es steht halt unten ein ID und blablabla Weil es offensichtlich nicht so richtig Sankt das Krieg Ja Wieviel Topaz habe ich jetzt Wo ist es überhaupt Topaz, Topaz, Topaz Topaz, Topaz Ja Ja Da, 10 Ich glaube hier gehe ich mal mit dem Schleid runter Ok Ok Ich spring Hier runter Ok Ok Dann Auf Wieder hier nach oben Oder Ja 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 Hier 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 ist perfekt Einfach 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 mich da hoch zu lassen Ne 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 Ach man Ja Ich habe hier meine Treppe Oh hier habe ich schon rohlos auf Furcht Guck mal was habe ich noch Ich gehe jetzt mal hoch Und stelle mein Zeug auf Ach fuck Jetzt Hey Du Scheißlein Äh Da Gehts hoch Können wir natürlich auch so einen direkten Eingang nach unten bauen aber ne Geht Auf lieber auf einen Chrom Weil wo gehts eigentlich hier denn Ausgleich das ist ja schon Irgendwie muss ich da herkommen Ach fuck 1,1 Jetzt Andere Ausgang Ach fuck Nein Aua man Ok Ich glaube der Sprung Es wird zu schwierig Das ist ja ein Heucherschlein 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 Jetzt gehts Ah da ist der Guide Das ist der andere Ausgang Ja time Bis zum nächsten Mal Abonnieren Bis zum nächsten Mal.